Alright Leute, rein geht's! Daytona, LMP3, ich hab Bock. Wir gucken mal, wie das hier läuft. Ich hab auf jeden Fall sehr viel Lust und Laune. Und meine Qualität war grob meinem Rating entsprechend. Da ich jetzt halt recht unregelmäßig in den letzten Monaten iRacing gespielt hab, aber doch das ein oder andere Mal, ist jetzt, sagen wir mal, mein Ziel, mein Rating auch eigentlich grob zu halten, ehe ich dann ein bisschen Konstanz reinbringe und dann kann man ja immer noch darüber reden, dass man das ein wenig nach oben korrigiert. Mal schauen. Langfristig ist natürlich das Ziel, besser zu werden, geht aber auch mit besseren Ergebnissen natürlich immer einher. Wäre jetzt doof zu sagen, ja, ich möchte mehr Rating, weil das eine bedingt das andere. Und jetzt gucken wir mal. So, vorsichtig sein beim Start. Oh mein Gott! Und ich hab noch nicht vor den Dude erwischt. Oh, das will ich mir gleich im Replay eigentlich am besten mal anschauen. Halleluja, ich lebe! Oh, ich hätt fast den John Fillingham rausgeballert. There is an incident behind. Ja, wir haben nach hinten einen relativ großen Vorsprung. Zwei Sekunden und das sind auch nicht die bestqualifizierten gewesen. Ich hoffe, dass wir dann dementsprechend auch tatsächlich Abstand halten können. Und dann kann ich mir die beiden vor mir ein bisschen zurechtlegen. Und kann auch mal sagen, jo, wir gucken einfach mal. Gut, Lifton Coast bringt hier nichts. Ein 24er wäre das natürlich wieder was anderes, aber... Ich glaube, wir sind hier die Leute von P5 bis P7 gerade. Wie gesagt, Lifton Coast bringt gar nichts. Ich pushe jetzt einfach komplett. Tatsache, wir sind auf P7, Alter. Geil. Aktuell 38 plus. Nice. Läuft. Ja, jetzt einfach Geduld haben. Weil Top 4 ist eh unerreichbar. Übrigens auch Thomas Ronha ist in den Top 4 mit inkludiert. Top 3 aktuell. Die Wahrscheinlichkeit, da irgendwas auszurichten, ist quasi null. Bei dem aktuell vielleicht schnellsten F1-Sportler. So, jetzt sind wir dran. Hinter uns 2-3, die Lücke. Das Gute ist, ich kann halt jetzt den Windschatten gut nutzen, um dran zu bleiben. Wenn ich schneller bin, muss ich aber vorbei, das ist klar. Das ist aber noch nicht wirklich Thema. Wobei gegen den John eventuell schon. Auf welcher Strecke ist denn das Raw? zur Dauer. Daytona? Achso, okay. Dann wäre das mal eine Idee. Wann und wie viele Stunden geht das? 2,4 Stunden. Dann geht das und ist ein Solo-Endo. Nice. Danke. Und am wievielten wäre das dann? Oh mein Gott. 12. Danke. Also in roughly 10 Tagen. Let's go. Muscheln durch. Musik Ah, der Matthias fährt leider gerade einen Ticken zu schnell aktuell noch. Oh, viel zu früh hochgeschaltet. Ah, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war besser. Ah, ich hab trotzdem super viel Zeit verloren nach vorne. Die ersten vier immer noch quasi aufeinander hockend. Der Erik kommt näher. 43.0. Ist einer da vorne gefahren. Ja. Und jetzt kommt das da vorne gefahren. Die bestenhens. Die bestenhens. Dreh Conservator. Dreh frei. Du den Tag. Dreh frei. Dreh frei. Dreh frei. Dreh frei. Und ich will bei dem Piton eigentlich Gedanken machen, dass ich... Na gut, ich kann da aber schlecht ausweichen, ne? Oder Jimenez hat einen Fehler gemacht. Der hat mindestens mal so zwei Sekunden zur Spitze verloren. Noch bin ich nicht ganz firm mit dem Auto auf der Strecke. Es gibt immer noch so ein paar Stellen, wo ich mich nicht traue, das Auto vollends auszufahren. Ich bin nicht ganz firm auf der Strecke. Ja, kommt auf jeden Fall mit der Zeit, da mach ich mir wenig Sorgen. Aber muss bei mir nicht schreiben, ist halt kein GT3, weil ich glaube, im GT3 käme ich jetzt auch nicht so gut klar. Ich glaube, es ist eher ein Vorteil für mich, dass es kein GT3 ist. John fährt aber auch nicht schlau, geht. Also bis jetzt hat er eine recht, ich sage mal, motivierte Attacke gemacht. Ich habe auch schon eine motivierte Attacke gemacht. Ich finde schon, das geht eigentlich klar, was wir beide machen. Beziehungsweise von uns beiden war da halt mal eine Attacke dabei, die Zeit gekostet hat. Deswegen geht es auch klar, dass er mich halt auch mal angegriffen hat. Ja, im Endeffekt, weiß ich nicht. Man kämpft halt, ne? Der Matthew ist eh weg. Der Jiménez... Der wird wahrscheinlich auch nicht näher zu uns rücken, sondern eher wegziehen. Also ich finde schon, dass es fein ist, dass er da angreift, verteidigt oder, oder, oder. Der ist noch nicht wahr? Untertitelung. BR 2018 Porsche hat einen sehr guten Bock bei GTP für die 24er oder was? Oder das 24er? Der Jimenez ist aber auch nicht schnell, seit er aus dem Windschatten rausgeflogen ist. Also irgendwie scheint da die Pace zu fehlen. Entweder der Windschatten von den Leuten da vorne hat wirklich so krass beflügelt oder aber das Vertrauen ins Auto ist weg. Stand jetzt ja für 24er. Copy that? Probier's nochmal. Muss halt mal eine gute Runde hier fahren. Man hat dann noch... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, jetzt ist es. Entity, danke für den Follow. Ach, komm schon, Mann. Ich werde wahrscheinlich nicht weit genug wegziehen, dass er ihn nicht angreifen kann. Wobei die Schikane jetzt sehr gut war und vielleicht kämpfen die jetzt gegeneinander. Daniel, den Abend. Das könnte jetzt... ...ziemlich gut für mich aussehen. 44.0. 45.0. Come on, Brazy. Oh nein, zu langsam. Viel zu langsam gewesen, Mann. Ärgert mich. Crazy. Danke dir für den Sub, mein Lieber. Ärgert. Puh. Daniel, das geht 923.0. Eigentlich eher weniger. Wenn du auf dem PC unterwegs bist, einen Ticken mehr Kohle in die Hand nimmst, kommt natürlich immer darauf an, wie akut ist das mit dem Budget dann tatsächlich gerade. Mit ein bisschen mehr kommst du zum Thrustmaster T300, das ist eine bessere Option. Die beste gibt es meiner Meinung nach für 400, Ausrufezeichen 400 kannst du mal in den Chat eingeben. Ähm, das ist dann von Fanatec so ein Ready-to-Race-Set mit einem kleinen DD. Wenn du dann noch mal 100 Euro auf Preis machen kannst, dann wäre das Ausrufezeichen 500, das Set auch stark. Aber 400 würde auf jeden Fall deutlich, deutlich am meisten Sinn ergeben, finde ich, zum Einstieg, wenn man dann ins Simracing möchte. Mehr als das G923.0. Wie gesagt, wenn es nur, ähm, finanziell passt mit dem Logitech, dann ist es natürlich was anderes, aber... Sonst ist es natürlich auch eine nette Option, aber... Ganz schön, dass du dabei bist, crazy. Mehr Leute sollten in den Stream reinschauen. Meine rechte Handfläche tut mittlerweile ein bisschen weh. Ich glaube, man kann den fünften sogar noch länger ziehen, als ich dachte. Geil. Alter, total vergessen. Ich dachte, 2.50, da ist auf jeden Fall schon Schluss. Noch zweieinhalb Minuten. Es dürften also noch zwei Runden ziemlich genau sein. Jetzt sind wir schon zum Beispiel bei der Wind hat, der Wind hat Ganze verstanden da. Bis zum nächsten Mal. Tja, jetzt musst du mal hören, lass uns kurz mit den Flasen geben. Ich habe hier schon... Träger, sehr gerne verstanden. Im Moment. Nira? Bis zum nächsten Mal. Nira, die ein bisschen passiert. Das ist perfekt. Tja, das ist perfekt. Und nach zwei Runden. Alter, da kann ich ja sehr viel später doch bremsen, krass Ich sag mal so Der dude hinter mir, der ist schnell Ist der vielleicht Ungare? Bei Magia war doch irgendwas Ungarisches Oder heißt es nicht sogar Ungarisch? Ja, aber der ist sehr schnell Das heißt, ich könnte da noch eine Position verlieren Natürlich gebe ich alles, um mich hier zu behaupten Bin sogar aktuell auf Kurs VB Auch wenn die Runde jetzt Cut drin hat Juckt nicht Es geht darum, aktuell einfach Jede Zehntel hier rauszuholen Magia gleich Ungar, danke dir Also heißt es einfach nur Ungarischer Erik hier im Spiel, oder was? Direkt melden Kein Nicht der echte Name Bam Gebannt und ich Kriege seine Position geerbt Und ernte Rating, kapiert Ich hab bei ihm halt ganz gut die TC gerade reingeregelt badly Und leisten Gebannt Alles Let's go Alles ziemlich gute Exits hier gewesen Wichtig Sehr wichtig, was hier gerade passiert ist 0,8 da hinten 0,6, das sollte eigentlich sogar passen Mit der letzten Rennrunde sogar noch eine gültige 43er drehen, das wär's Ja, das sieht gut aus, Leute Bäm, P6, Alter, wie geil ist das denn? Oh, also 2, 3 sehr ernüchterne Rennen geht's jetzt in ein Yes Sehr schönes Resultat Fast 5 Punkte geholt Ein sauberes Rennen, damit auch eine wunderschöne Aufnahme für YouTube hier gelungen Oh Geil, Alter Ich will aber den Start sehen, weil Oh mein Gott, da ist Feuerwerk, Leute, Moment Das müssen wir sehen So Das ist auch ein schöner Abschluss Alter Meine Handfläche ist übelst rot Und oh mein Gott, brennt das Bro, Handschuhe, was ist bei dir los? Warum? Du sollst mich doch vor gerade sowas bewahren Boah Eieiei Ja, Leute Gehen wir mal ganz kurz in die erste Runde, das war komplett wild Also, ganz kurz hier mal So, gehen wir da rein Also hier sehen wir natürlich schon Hey Da werden ein paar Leute Probleme bekommen Ich ziehe natürlich sofort nach außen Weil man kann nicht absehen, was da innen noch alles passiert Und da war Oh, das war sogar noch eine Berührung Das war ein Ghost-Contact Hier mit dem John Wie hieß der denn? Ja, John Fillingham War sogar noch ein Ghost-Contact Ist aber alles gut gegangen Und dann hat es auch gepasst So Für die Leute auf YouTube Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß Wenn ihr so ist, dann schüttet ein Abo Bis zum nächsten Tschüss 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 Tschüss